Musik Jetzt geht es um ganz, ganz was Besonderes. Dieser große, riesige Schuh. Sie haben schon wie vielen Kindern geholfen in den ganzen Jahren, in denen es jetzt Big Shoe gibt? Wir haben über 1242 Kindern dank vielen Ärzten und Hilfsprojekten gemeinsam geholfen, weltweit. Warum haben Sie sich dann dafür entschlossen, für Big Shoe? Woran hängt da Ihr Herz? 2010 gab es den Kontakt über einen sehr verdienten Mitarbeiter bei uns, zu beim Wetzeln. Und es war Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika. Das hat uns beflügelt, der Schoe, die Idee, der Fußball und natürlich was Gutes zu tun. Wir sind ein Unternehmen, das wissen alle. Wir wollen den Menschen in der Welt helfen, gesünder zu werden. Und die Idee, die dahinter stand, Kindern zu helfen, die sich so eine Operation überhaupt nicht leisten können, hat uns fasziniert. Und deswegen sind wir seit 2010 dabei. Und deswegen freue ich mich sehr, dem Projekt und dem Enwetzel und den Kindern jetzt symbolisch einen Scheck zu überreichen von 100.000 Euro. Ja, das ist insofern klasse. Erstmal 150 Operationen, das sind 150 Schicksale, denen geholfen wird. Und es ist ein Mitarbeiterprojekt und nicht nur einfach so ein Scheck von der Geschäftsleitung. Weil, das soll es zeigen, da steht auch die ganze Belegschaft mit dahinter. Und das ist eigentlich das Schöne. Big Schu ist mit Fußball verbunden. Sind Sie auch Fußball-Fans? Ja, natürlich. Sie sind von Anfang an bei Big Schu hier in Tuttlingen dabei. Wie könnte sich Big Schu innerhalb Esculap noch bekannter machen? Ja, zum Beispiel, dass wir bei unserer Betriebsversammlung den Schuh nochmal zeigen und dann dort einfach Werbung machen für die Organisation. Wie könnte sich Big Schu innerhalb Esculap noch bekannter machen? Die Initiative ist schon sehr bekannt hier bei Esculap, schon seit 2009, 2010. Und da sind sehr viele Einzelprojekte daraus entstanden. Nicht nur bei Esculap, sondern in der ganzen Stadt in Tuttlingen. Und ja, wie kann man es weitermachen? Das hier heute ist sicher ein guter Initialfunke, um das Ganze wieder neu aufzufrischen. Und ich bin sicher, daraus entstehen auch noch weitere Aktivitäten. Wir haben den Esculap Big Schu dabei. Wie finden Sie ihn? Na, was für eine Frage. Fantastisch. Tolle Vorabzusammenstellung und B-Braun drauf, Esculap. Wie könnte ein Schuh schöner aussehen? Our goal ist to help children. Please join Big Schu. Please join Big Schu. We'll be right back. 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 Untertitelung des ZDF, 2020